Mit der vorliegenden Motion fordere ich den Bundesrat auf, ein Transitabkommen abzuschliessen, das es ermöglicht, abgewiesene eritreische Asylsuchende in ein Drittland zurückzuführen. Vor kurzem mussten in Freiburg über 100 Polizisten mobilisiert werden, um Gewalt zwischen zwei Gruppen von Eritreern zu verhindern. Laut dem Videobericht, der auf den Fernsehsendern in der Romadi veröffentlicht wurde, handelt es sich um eritreische Flüchtlinge, die mit Eisen stangen. Es gibt 14.4. in der Nürnberg-Germann, und die Hüster in der Nähe der Strecke in der Strecke aus dem ZDF-SW. Aber der Nachricht hat ein Kapp-Eirtra und die Abenteuerung waren, der sich auf die Strecke der Strecke an mit dem ZDF-SW, als er die Veränderungen auf die Strecke auf der Strecke auf der Strecke unterirdische Veranstaltung und der Eingang auf die Strecke auf den Strecke auf den Strecke. und die Aufmerksamkeit von der Schweiz. Die Politiker der Schweiz, die in den letzten Jahren, sind die Menschen in den letzten Jahren und die Menschen in der Schweiz, die sie in den Zusammenarbeit haben. Aufgrund der Politiker Petra Gossi, der FDP-FDP-S7 ist, die in den 4.000 Jahren in der Schweiz in der Schweiz. der Regel mit einer neuen Art und Weise. Also, die Sie mit dem Jahrzehnte waren, die Sie im Jahrzehnte nach dem Jahrzehnte, was man sich als ein Jahrzehnte, die in einem Jahrzehnte, hat er eine Gefühltte, die die man einigermaßen vor dem Jahrzehnte und mit dem Kuhn im Jahrzehnte als Jahrzehnte, im Jahrzehnte. Es ist der Jahrzehnte, dass die Jahre Zeit von der Jahre und die die Ministerien der Freude über die 3.3 Jahre in Senegal und ein Jahr später in der Karriere war. Andrea Caroni ist in der Zwischenzeit, die sich in der Zwischenzeit und die Zwischenzeit nach der Zwischenzeit und die Zwischenzeit auf der Zwischenzeit auf der Zwischenzeit im Hinblick auf die Zwischenzeit nach der Zwischenzeit Wir sagen uns, wenn wir die Wahrheit nicht so sehen, wenn wir die Wahrheit nicht so sehen, dann wird es ein bisschen über die Wahrheit vergeben. Wir haben die Zeit, die wir uns sehr gut haben, und wir haben die Ertran-Geräusche in den letzten Jahren, in der Zeit, die wir uns auf die Welt verabschieden, und wir haben uns sehr viel Zeit, die wir uns zu verabschieden, und wir haben uns zu beherren. Wir wollen uns mit Minister Jans Bogen sagen, In dem Fall, die Seraßnahmen über die Seraßnahmen in den letzten Jahren vermitteln, kann man nicht mit der Seraßnahmen über die Seraßnahmen geben. Die Politikern in der Schweiz hat die Seraßnahmen in der Schweiz mit dem Seraßnahmen die Seraßnahmen auf die Seraßnahmen und die Seraßnahmen in der Schweiz nicht mit der Seraßnahmen geben. Ist es die Politikern in der Schweiz, die Seraßnahmen mit dem Zusammenhang in der Schweiz und der Bezirma-Gümbel? Wie geht es euch? Mit der vorliegenden Motion fordere ich den Bundesrat auf Aber wir haben uns die Frage, dass die Säuze die die Säuze die die Säuze die die Säuze die in der Säuze die die wir in der Zeit haben, die wir in der Zeit haben. Wir haben die Säuze mit dem Säuze gehalten, und wir haben gesagt, dass die Säuze politikäne die 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 sind. Wir haben über 100 Polizisten Wir haben Vorabahawwann ist der Freiburg, der 119-jährige Polis in der Polis, die in der Verkaufnahme der Verkaufnahme an der Verkaufnahme anwesendung und die Einwanderung. In der Zwischenzeit, der Televisionalität, der Verkaufnahme anwesendung, in der Verkaufnahme anwesendung, die die Erwanderung anwesendung, die sie im Halbieren und die Erwanderung anwesendung haben. In der Verkaufnahme dieser Einwanderung, wie die Erwanderung anwesendung, Wenn man die Widerung bekommt, dann wird der Fall ein ein neuer Widerung und ein Widerung. Und er hat die Möglichkeit, die Widerung zu geben in den Widerung zu geben, die ein Widerung der Widerung zu geben. Denn die Widerung ist ein Widerung der Koninklade, die in den Widerung der Widerung zu geben. Die Widerung ist es wichtig, dass wir die Widerung durch die Widerung in die Politik und die Widerung der Widerung der Widerung zu geben. Die Europäische Musik hat die Europa nicht nur noch die Zeit, die sich für sie zu zweifeln, die sich in den nächsten Jahren mit dem Ausgaben zu verändern. Die Analyse ist die Demokratie, die sich die Musik auf dem Weg zu erinnern, dass die Musik auf die Erstehung der Welt erinnert. Ich habe die Schleifung. Was ist die Begegnung? Was ist die Begegnung? Was ist die Begegnung? Ich habe die Schleifung. Das ist die Begegnung. Das ist es, ich glaube, dass wir uns nicht alle fünf und fünf fünf Jahre lang waren. Wir haben ja gesagt, dass wir uns nicht mehr sagen können. Wir wissen nicht, dass wir uns nicht mehr sagen können, sondern uns über die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit zu erzählen. und die wir uns im Grunde genommen haben. Und das ist die Frage, dass die Begrüßung in Europa und die Europäische Welt eine der Erkennung auf die Einladung der Erkennung ist. Die Erkennung ist nicht so, dass die Erkennung die Erkennung der Erkennung von der Erkennung die Erkennung von der Erkennung ist. Und wenn wir die Erkennung haben, wenn er die Erkennung aus dem Erkennung ist, ob sie mit Salam knabberen können. Mülukmassel, Allah. Opfiken, letztes September, eine Massenschlägerei unter hunderten Eritreer. Gegner und Unterstützer vom Regime im Heimatland gehen aufeinander los. Kein Einzelfall, zuletzt geknallt hat es im Februar zu Fribourg. Eritreische Flüchtlinge, die mit Eisenstangen, mit Eisenstangen und verschiedenen Gegenständen ausgestattet waren, mit denen man Gewalt provozieren kann. Dieses Verhalten ist in unserem Land inakzeptabel. Der Schutz von Verfolgten darf nicht auf dem Rücken der Sicherheit unserer eigenen Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden. In der Schweiz leben über 40'000 Eritreer. Die meisten machen kein Problem, viele sind hier geboren und integriert. Zu der grossen Diaspora gehören auch abgewissene Asylbewerber. Sie kann die Schweiz nicht zurückarbeiten, weil sie Eritrea nicht wieder aufnimmt. Sie weigen sich, unser Land freiwillig zu verlassen und es gibt meines Erachtens keinen Grund, diese Leute zu schützen, weil sie gegen unser Recht verstoßen aufgrund ihrer Nichtrückkehr. Abgewissene Eritreische Asylbewerber sollen darum in ein Drittland ausgeschafft werden. Der Bundesrat soll ein entsprechendes Abkommen abschliessen. Der Ständerat heisst den Vorstoss von Petra Gössegut, genauso den von Andrea Caroni. Der fordert, dass Eritreer, die wie im Fall Opfiken für ihr Regime im Heimatland kämpfen, schneller das Aufenthaltsrecht verlieren. Wer dann seine eigenen angeblichen Verfolger unterstützt, sogar mit Gewalt, der hat diesen Schutz offenbar gar nicht nötig, geschweige denn verdient. Die beiden Vorstösse aus der FDP-Reihe seien gar nicht umsetzbar, heisst es von links. Es ist ein europäisches Problem beim Vollzug, auch um sieben darauf angewiesen, dass die europäischen Länder gemeinsam hier nach Lösungen suchen. Und es wäre einfach Sand in die Augen gestreut, wenn man jetzt das Gefühl hätte, dass der Inhalt von diesen Motionen die Lösung für die Schweiz so würde bringen. Wie weiter mit der Eritreer, als nächstes diskutiert der Nationalrat. Wie weiter mit der Eritreer, als nächstes diskutieren. 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 Untertitelung des ZDF, 2020